Einen wunderschönen guten Tag Liebe Freunde Wir sind hier auf der Na Das müsst ihr jetzt selber ausfinden Wo sind wir denn hier? Wer erkennt die Map? Ich fahr jetzt ein bisschen rum Und dann irgendwann werdet ihr das Erkennen Oder ich würd's euch sagen Die meisten wissen jetzt schon Wo wir sind Wir fahren jetzt einfach mal rum Weil hier war ich noch nie Hier war ich wirklich noch nie Hier haben wir noch einen Garten Warum ist denn der Zaun eigentlich da? Okay wir fahren einfach mal rein hier Wasser hat alles runtergeladen Schöne Silo hier Weiwei Weiwei Hier unten ist noch ein Güterzug hier Ist doch hier Pono hier Ja was denn Ist doch schön hier Äh Warum hat denn da zwei Zwei Lokomotiven Achso ja Das ist ja hier Der Die Tomaten Dingsbums Ne Die 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 da da Die Zucht da Ne Gucken wir mal wo der Zug hinfährt Ihr müsst ja eigentlich nach Ah der fahrt Der fährt einfach da entlang Achso hier geht's ja auch weiter Ja das ist ja kein Problem Achso Hätte das gemacht Das ist schön hier Also Ja einfach aber Nette Idee Ne So wo sind wir denn jetzt Ne Habt ihr schon eine Idee Oder Ja du weißt natürlich wo wir sind Wir sind nämlich in Gamsding Eine der Meist geladenen Maps Zur Zeit Oder Ja dauerhaft Im Äh In der Top 10 drin Ähm Hier oben war ich jetzt noch nie Ne Da war ich noch Ah das sind doch die Gebäude vom Sind das nicht die Gebäude vom Äh Ding Äh vom 13er Könnte möglich sein Ne Es sind ja Ist doch Ist doch Ja gehen wir mal hier gucken Na Wolleverkauf Palette Ja genau Ne Hat aber was oder Ist doch schön hier Gamsding Eine sehr schöne Map Äh Warte Nie Die haben keine Kuh Ne Aber hier ist auch schön hier Ne Warum nicht mal so Geht doch mal weg hier Auch mal schön Warum nicht mal so hier Nur das Vordach könnte mal ein bisschen Ja ne Stimmt schon Ne Da unten ist die BJA War ich da auch schon Nö Hier geht es auch runter Das ist auch ziemlich schwierig zu machen So ein Äh Ja Fahrt rum Äh So ein Äh Ding Auffahrt Mit Kurven Ich muss mal gucken Was hat denn der für eine Straße hier Hier kam er auch unten durch Ah Wusste ich ja gar nicht Oh ja da ein bisschen Schaden hier Hat er Texturschaden gekriegt Naja Gibt es manchmal ne So Wo geht es denn hier entlang Hier geht es runter Oh Ist auch wieder Weißt du warum Ich begreif's auch nicht Warum Giants nicht Äh Die Die Map Äh Im dunklen Bereich machen Oder Der Boden hat er gelassen Ähm Weißt du dass das Gras ein bisschen dunkler ist Bei Giants ist immer alles hell Alles arschhell Da hast du das Gefühl Du bist irgendwo im Arschkacken Und hier Hier sieht es einfach Es ist dunkler Und es sieht irgendwie echter aus Und auch die Grafik Macht das Ganze ein bisschen Besser Ansonsten muss man halt die Sonne anpassen Bei mir sieht es auch vielleicht ein bisschen anders aus Als bei euch Wir können mal gucken Wie es denn aussieht Na hier ist alles zu hell Nicht Jetzt sieht es fahrt aus oder Jetzt machen wir es ein bisschen dunkler Also Später Jetzt sieht es natürlich geil aus ne So könnte man es lassen Ja hier die BGA Schöne Fermenter Schön Schee Das gefällt mich Hier das sind aber auch die alten Hallen hier Von 13er ne Da hat er die einfach mal genommen hier Kann doch nicht sein hier Na nü Geht doch nicht Äh Gehen wir doch wieder raus hier Hier die Felder sind auch okay Also Meine ganze Map ist eigentlich okay Ne Obwohl er ja die Standard Bodentextur hat Oder nicht Ne ist nicht die Standardtextur Ist nicht die Standardtextur Ne Also Ähm Ich frage mich jetzt nur noch Ähm Kommt man überhaupt hier Mit den großen Hängern durch Oder ist das Das könnte eng werden oder Könnte eng werden Und die Straße ist auch schräg Ne Auch geil Aber fahren wir hier gerade aus Einfach mal irgendwo Durchfahren Oi 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 Das ist ja hier Porno Nicht schlecht So was haben wir denn da Ja geht es noch weiter runter Ja wird ja immer geiler hier Ich war hier hinten Wirklich noch nie Obwohl ich hier gespielt habe War ich mehr beim Hof zu Am Spiel Da kommt ja wieder der Zug hier Das ist ja hier Hier geht es hoch Ist auch Ich weiss nicht Ich kriege das mit den Scheissstrassen nicht hin So ne Vielleicht hat er ja Andere Straßen Hier wieder die Halle Mal gucken Ist leer Ey Machst du Ist leer Was mir aufgefallen ist Ah ne die gehen ja jetzt so ne Aber wenn man die anderen Tore öffnet Gehen die in den anderen rein Naja scheiss egal Scheiss egal hier Das macht ja nix So Das sind wir hier Wo fahren wir denn jetzt wieder lang Achso hier oben waren wir auch schon hier Da haben wir doch auch mal hier schon Geguckt Ne aber da fahren wir doch mal weiter Hier hoch Weil da Nach rechts geht es ja zum Hof Ne das kennt ihr ja alles Also wer in der Map sucht Äh sucht doch einfach nach ganz Dingen Hey Hat er mich geschnitten die Sau So hier oben sind wir doch irgendwo dann beim Genau hier Hier wo es dann unten durchgeht Das ist bestimmt geil hier weißt du Wenn du hier bist Wenn du die Kamera hier runter guckst Und da kommen hier Fahrer und fahren Oder hier vielleicht Da kommen sie dann von unten hoch hier Das ist schon geil hier ne Schon geil Geile Ja wir sind ja schon wieder hier Umdrehen Gehen wir doch zum Hof runter Jetzt haben wir glaube ich Das Größte haben wir schon angeguckt Ne So groß ist die Map auch nicht Na da unten gibt es ja Baumarkt Gibt es noch Scheiß die Wand an Da fahren wir zum Baumarkt Ich sehe nichts Ah Scheiß Dreck Blöder Affe Fahren wir zum Baumarkt Da war ich auch noch nie Da ist ja die Die Halle Wo wir geöffnet haben Hier haben sie mal Halt 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 Zurück Zurück Gab's Ding Hier haben wir auch die Gebäude Vom Ding Vom 13er Die Kirche da oben ist schön Es sieht aber ein bisschen Der Glockenturm sieht aber auch Monstermäßig aus So die Gebäude Die sind halt immer noch schön ne Die 13er Gebäude Die sind halt schön Wo sind wir denn hier Rive Eisen Bei Bei Hier geht's auch hoch Ne kann man nicht Darf man nicht hochfahren Ja hier Das gab's ja Wo ich gespielt hab Gab's ja das noch nicht Ja Mit der Mit der Dingsbums ne Da hat er Hat er auch ein bisschen Verändert Der Hof Ne Das Silo da unten War vorhin auch nicht da Aber was war noch Nicht da Keine Ahnung Möchte ich selber gucken Möchte ich selber gucken Wir gehen jetzt mal zum Baumarkt Vielleicht findet man ja da Motorsäge oder sowas Da hinten ist das Segelobjekt Das ist auch geil gemacht Ha Nur kurz gezeigt Selber gucken Selber runterladen Äh Ja hier hab ich gespielt gehabt Und dann Stürzte ja die ganze Zeit Die Map ab Oder das Spiel Das wusste ja keiner Wo und warum Aber es war so Na jetzt müssen wir hier Wo ist denn das Ja muss man doch Irgendwo links Können Oder muss man ganz außen Ne hier muss man doch Irgendwo links Da gehen wir doch hier Gleich mal hoch Hier die Bushaltestelle Gab es vorhin auch nicht oder Da oben ist eine Strasse Da müssen wir vielleicht hoch Ich finde das immer geil Wenn es so Hügelig ist Die Strasse So um die Kurve Ich glaube ich muss mal Die Strasse runterladen Ne Vielleicht habe auch irgendwie Keinen Bock hier Eigene Strasse zu machen Ja lecker Mit der Arsch hier Geht es ja noch weiter hoch Ja da fahren wir doch Weiter hoch Was ist denn das da Zweiter Hof Sieht irgendwie Danach aus Aber das Könnte ja auch Ne das ist ein Hof Ist ja abgefahren hier Das ist ja mal Ja Ja ist geil Achso ein Schweine Dings Oder nicht Doch das sind Schweine Ich höre sich doch Grunzen hier Die Grunzensauen hier Du das ist ja nicht schlecht Hier In den Schweinehof Reingemacht Schick So jetzt müssen wir aber Weiterfahren Ich weiß aber nicht wo Ja heilige Scheiße Ja Das ist schon eine Riesene Arbeit So etwas zu machen Oh da hatte ich auch Na das ist doch Hier geil Siehste der hat jetzt hier Genau das gemacht Wo ich gesagt habe Das ist doch genau Das ist ein Friedhof Ne Auch wenn es nur Shapes sind hier Aber das ist natürlich Hier was Schönes hier Ne Da fühlt mich sich Schon wieder zu Hause So wo müssen wir Dann hin überhaupt Baumarkt Da ist doch der Baumarkt Wo soll der Baumarkt sein Hier Äh Baumarkt Das soll doch Das soll doch ein Baumarkt sein Wo ist denn hier Aber bestimmt nicht der Friedhof Ne Wo ist denn hier ein Baumarkt Das ist doch kein Baumarkt Das ist doch irgendwie so eine komische Keine Ahnung was das ist Nein Hier noch nicht hupen Da sind wir unten Wo ist denn der Baumarkt Das gibt es doch nicht Da fällt ein Boot Ja aber das gibt es doch nicht Das sollte ein Baumarkt sein Da frage ich mich gerade Wo Das ist doch kein Baumarkt Das ist doch Ach komm mal Steige aus Huhn Hundspimmel Tatsächlich Das ist ein Baumarkt Das ist doch Ich hab mir jetzt was Äh Deftiges vorgestellt Das ist mir Ein Markt Oder Ein Bauernmarkt Oh da hab ich falsch gelesen Oh Bauernmarkt Jetzt hab ich Würde ich doch grad sagen Warum lese ich dann nicht immer richtig Ne Das ist ja hier Scheiße Wenn man nicht richtig liest Dann Geht's auch nicht Aber ein Baumarkt wäre auch nicht schlecht Ich hab mich jetzt auf dem Baumarkt gefreut Und nicht im Bauernmarkt Den hätte ich auch irgendwo ins Dorf gemacht Oder so Ja das Wasser ist auch schön Ne Wadda Ah die Boote Die Boote Also Giants Ne Giants Boote Und der andere fällt ihm im Kreis Der arme Typ Aber ist schön gemacht Hier Hier oben auch wieder Was Irgendwas Nein gar nichts Ne Aber hier schon Sehr geil Aber ich würd sagen Äh Wir haben's ja gesehen Ne Gamsding Nicht vergessen runterladen Wenn ihr möchtet Ist ne schöne Map Wenn ihr eine Map Sucht Ne Dann einfach runterladen Gamsding Da geht's auch noch irgendwo hoch Gamsding runterladen Gucken Spielen Spass haben Ne Ich hab jetzt auch nicht viele Sachen drin Äh Die normalen Sachen Wo man halt braucht Ne Animation Trigger Und die ganzen Pampe Scheiße Die man braucht Äh Um die Maps zu spielen Oder Äh Ohne Fehler zu spielen Ne Sonst kannst du ja die Tore nicht aufmachen Wenn natürlich dann Giants endlich mal Tore drin hat Dann brauchen wir keine Animation Map Tor Trigger mehr Dann Können wir uns ein paar Moods sparen So Da sind wir doch schon hier Achso Was ist denn das hier Bei war Ich find das sowieso ein bisschen komisch Ja Bei uns gibt's Sowas Nicht Bei war Da ist eine Schauvel Schön Ich hab Kohle gefunden Ja Ich bin reich Also ich würd sagen Vielen Dank fürs Zuschauen Und Wir schleichen uns Nochmal Kohle Ja Hä Okay Naja Ne Gut Ich würd sagen Vielen Dank fürs Zuschauen Und nicht vergessen Gamsding Ne Gut Ciao Nochmal